Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie wir mit euch. Und ja, gestern habe ich die Nummer 1 aufgemacht. Und heute die Nummer 2 habe ich schon aufgemacht. Entschuldige, ich vergiss es immer. Und da war das hier drin. Puttkoffer, der hier abgebildet ist. Der ist bei der Nummer 9. Und bei der Nummer 9 ist wahrscheinlich das Fon hier drin. Und bei der Nummer 24 wird wahrscheinlich dieses gute Stück hier drin sein, dieses Ferdie. Diese große Tür. Und da ist ein Hut. Ja. Und ihr könntet mich drin sehen, was wirklich. Ja. Und falls ihr euch wundert, wieso ist der von letztem Jahr, als ich wollte, den unbedingt haben. Und dann zeige ich euch noch einen Adventskalender. Hier habe ich heute die Nummer 2 aufgemacht. Das war das Türchen. Und gestern habe ich die Nummer 1 aufgemacht. Und ja, hier ist auch die Nummer 1. Da ist dann das rausgekommen. Und heute war auch die Nummer 2. Ja. Tschüss. Nee, noch nicht. Tschüss. Mein Hund hat auch einen Adventskalender. Ich muss euch was zeigen. Ich habe bald Geburtstag. Und mein Papa macht die Disco. Und jetzt zeigen es. Und hier ist der Adventskalender von meinem Hund. Und heute war das zweite Türchen dran. Und da ist der erste. Und hier ist unsere Krippe. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.